Eine echte Ritterburg als neues Zuhause. Voll cool. Ey du, warum kommst du mit dem Gruftibus? Ich wohne da. Boah, im Alter sein. Wenn da nur die ganzen Alten nicht wären. Das muss ja total ätzend sein. Langsamer, Junge. Meine Mama arbeitet da. Ne? Bis Max... Max! Vera, Horst und Kilian kennenlernt. Besser bekannt als die Wilde Sieben. Wieso Wilde Sieben? Weil die ganz schön crazy sind. Und weil die an Tisch Nummer 7 sitzen. Ist eingebrochen worden. Der ganze Schmuck ist weg. Ich will mal Detektiv werden. Dann kannst du gleich zu üben beginnen. Wir wollen herausfinden, wer die Einbrüche begangen hat. Mach mit bei uns, Marvin! Wer heißt Max? Holzkopf. Ein schwarzes Ass. Alle nennen ihn nur noch das schwarze Ass. Den schnapp ich mir. Zur Sache, Schätzchen. Da stehen Sie im schwarzen Ass eine Pfanne. Du siehst aus wie ein fetter Papagei mit Falten. Nicht so schnell! Ich hab Röntgen! Schnappen wir uns den... Ich seh was. Drei plus eins ist... Vier? Nein. Sieben. Max und die Wilde Sieben. Ich bin Schauspielerin. Kennst du YouTube? Da gibt es alle meine Filme. Die musst du dir anschauen. Nur im Kino.